Night of Lights ist heute das Thema hier in Mäusewitz. Wir möchten ein Zeichen setzen, weil die Veranstaltungsbranche noch in der Krise steckt und meine Kollegen bauen jetzt gerade schon hier wunderschön auf, damit alles schön in rot leuchtet. Die Orangerie in Mäusewitz wird beleuchtet und der Lokschuppen dazu. Geplant sind auf dieser Seite 20 LED-Scheinwerfer, dazu vier Moving Heads. Auf der Rückseite sind drei große Outdoor-Scheinwerfer geplant. Am Lokschuppen Mäusewitz wird ebenfalls die Installation erfolgen durch uns. Geplant sind hier zehn LED-Scheinwerfer und drei große Outdoor-Scheinwerfer. Geplant war auch die Schnaudertahalle in Mäusewitz zu beleuchten, jedoch möchte das die Stadt Mäusewitz nicht unterstützen, was wir sehr schade finden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir sind ein Vier-Mann-Team und decken den Bereich um die Veranstaltungsbranche komplett ab. Angefangen von Bühnen, Ton-Technik, Licht-Technik und auch dem DJ-Bereich. Egal ob Hochzeit, Geburtstag, Abiball, all das ist möglich. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020